hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei zelda scrolls online und ich bin nicht alleine mit dabei ist wieder onkel gamer schickabee hallo 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 und der odin wunderschönen ab in die lava ich würde direkt so reinkicken aber nö du wirst eine anständige röps nicht zu schätzen so welche mission magst du jetzt noch mal machen also ich habe bock auf die rückkehr der wächter sammelt der habe ich nicht die drei herzen wieso hast du das nicht da haben wir doch zusammen angeklickt bin sprachlos gelbe gelbe mission die rückkehr der wächter rückkehr also nicht die rückkehr sondern nur rückkehr die rückkehr der wächter habe ich nicht die mission haben wir vor uns zusammen angenommen ich habe hier im krieg ganz andere sachen als hier ich habe keine rückkehr der wächter wo haben wir denn ein bisschen schön zusammen angenommen doch wahrscheinlich hast du den ganzen story von lauf umgeändert wo du dich um entschieden hast und die geistert zu können da damals dass du jetzt weiß ich weiß ich das ist ja was anderes ist es ja nicht so wie er keine haupte sehr und egal ob es spiel von der freundlichen ist so gut mann wir waren nur ich so gehe ich vergesse es immer wieder ich weiß ich habe auch so nervös um hin und erlaufen ich habe ich habe ich hier unter und unter und unter und dann habe ich hier noch Prozent das schicksal hast du denn wenigstens die skampel grün rot gelb was blau schwarze gelb skampel grün skampel grün habe ich war da noch nie wenigstens mei oh mei oh mei ja dann müssen wir die rückkehr danach mal wieder irgendwie machen und vielleicht ja keine ahnung so habe ich nicht wo habt ihr das denn her wir standen die ganze zeit nach davor wir haben doch gesagt das ist ach von der Tussi oben das war das der ja dann keine ahnung die erste fläch schon gemacht dann bist du halt anders er ist eben anders Leute was ist denn jetzt wieder kaputt hier müssen wir doch jetzt hier lang mensch ich gucke gerade wir müssen einmal komplett hinter den Berg wenn ihr die dicke Kater macht seht ihr das einmal über den Berg oder über die Höhle wo seid ihr jetzt hin wo seid ihr weg wir machen das jetzt mal so wenn wir jetzt hier den Weg laufen und du siehst so einen hell umrandeten Pfeil dann sagst du bitte Bescheid und wenn wir dir sagen den haben wir oder den haben wir nicht wenn wir nicht haben dann kannst du den dir holen dann haben wir die Mission nämlich schon okay aber wenn wir wenn du einen siehst den wir noch nicht haben also den der bei uns auch angezeigt ist dann lauf mal dran vorbei okay dass wir irgendwie das hinkriegen dass wir Missionen gleich haben das wäre supi ja und wenn ich jetzt gleich meine Fähigkeiten wenn ich gleich meinen Fertigkeitenpunkt habe liebe Freunde dann werde ich mir die ultimative Attacke holen und ich habe vorhin schon gesehen die ist mega geil mega 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 ne hier komm mal nicht rum ey hier ist Eisenerz warum lässt er das alles liegen jung wo was denn rum wozu denn ich da wieder aus dem Invertar ausschmeißen ne da kannst du das zum Schmieden benutzen und ich habe nur einen Scheißhänden wo ich meine Waffen verkaufen kann wie soll ich dann Schmied finden ne ich habe hier irgendwas weißes ja das ist ja das die weiße Zeit ist nur hier ist eine eine Traverne wo man handeln kann wo wo weiß ich nicht gucken wir mal sieht auf jeden Fall in einem Gebäude aus hier seh nie oder was warte 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 ist was schön wenn du wo bist du ah ja da bin ich schau wir mal gehen wir mal hier rein wo ist denn der Eingang komm mal ganz schön wirst du nicht mehr handeln können ne aber vielleicht kann man ja ich weiß dass man die Gebäude auf jeden Fall eher handeln kann als draußen wie geht's ja gar nicht rein hier musst du doch rein ich hab mir was mit dampfen habe ich ja nur ein zierter Hause das was wirst du ja was mit dampfen Dampfbecken Inklave oder so was Dampfbecken ja oh der Odin ist schon da ganz woanders ja liebe Leute ihr habt es schon gehört der Odin hat eine andere spiele als wir Karawane ja das kenne Dampfbecken Karawane ich bin ey so viel Richtung Pfeil ich hab die gesagt ich soll um den Bereich rumlofen da kommt dit bei Onkel bleiben bei Onkel bleiben wer schließt die südlichen Skam Höhlen oh cool ich hab Stiefel gekriegt welche größte xx ach die sind schlechter als meine oh hier ist was ne Leiche mit blauen Waffen hoch die will ich fluten ein heiliges ein heiliges Buch warum kann ich das nicht aufnehmen weil du voll bist weil du voll bist ne ich will es lesen ach da ach bei dem scheiß oh das hab ich total vergessen was bei dem scheiß ähm ja bei dem scheiß unten bei dem bei dem bei dem bei dem oh wie hieß das Vieh bei der bei der die von den fünf leuten da erfahren an die geschichte wo dieses ding am himmel war mit den ankern und da war auch ein Bücherregal neben dem und das hab ich auch nicht durchsucht ich voll idiot da war eh ein buch drin dann hast du bestimmt wieder was gekriegt ich? ne ne nicht du wir hätten da alle was gekriegt nicht nur du na toll das musst du ja da durchlesen und dann kriegst du das also musst du durchscrollen hab ich gemacht aber ich hab nicht gekriegt ich hab grad ein paar Sachen zerstört damit ich wieder mehr Platz hab im Inventar ich haue jetzt irgendwie so den Drang ja auf andere Waffen zu gehen als auf diese ich hätte gern äh solche zwei solche zwei zwei Schwerter wie der Odin hat ich find das cool ich find immer zwei Schwerter weil die sind schneller weißt du ja ja deswegen mag ich die ja so schnell aber weniger Schaden das ist egal du machst in der Zeit machst du müssen wir jetzt hier rein da müssen wir doch gar nicht rein warum gehst du denn da rein ne ich weiß auch nicht na ich will gucken was ist da jetzt die Dampfbeckenkaverne da ist hier da kriegst du neues Material zum Dampfen herstellen herstellen Meister der Zauberei kann eine Robe herstellen oh hier ach das ist der Odin Schmiedestelle ist das da tänzt einer cool kann ich da ne Waffe herstellen für Ebeln herstellen herstellen Rüstung ich will hier ne Rüstung herstellen Schreiner Bank der Stille kann nur ein achso die haben hier so beschissene Namen ey verfügbar wie kann ich denn hier wechseln ach das haben wir doch alles schon mal wir können doch nix machen weil wir die ganze Materialien wieder raushauen wer hat Angst ich will das wechseln warum geht das nicht da oben stehts ja mit der Waffe und so aber ich kanns nicht waffe ich nicht was macht ihr denn kann ich wieso kann ich mir nix veredeln keine Ahnung damit kann ich nicht spülen mir fehlt Eisenerz wie geil ja schmieden ist noch nicht so die Kunst die ich hab hier warum tanzt der Typ weil er Burg hat ich geh mal wieder raus weil er kann achso hier kann ich noch was machen was kann ich hier veredeln dreine dreine Länder ach da fehlt mir auch wieder was sehr gut dann gehen wir raus hier liebe Leute oh ich hab einen schwebenden Stein gefunden ah ich hab auch mal einen Bug gefunden ach cool ich kann hier was veredeln ich hab hier 13 Juwelen hab ich ja so ja ich steh jetzt hier draußen rum warte ach was ist denn das für Geräusch ey was denn weil man sagt die ganze das ganze Spiel über das geht nur für den Sack ich ich nicht das sind die Fliegevieh schon Leute was macht ihr noch äh wohl Leder des Lebens aber die hab ich doch gar nie an ich geh mal weiter ich geh mal weiter keine Rüstung herstellen na ich bin jetzt auch fertig Ledergerüttel hab aber davon nischt ok dann komm ich auch wieder ab hm da muss man irgendwie ach jetzt komm ich endlich hoch wir müssen hier hochwärts berg hoch das kommt das kommt für später denke ich Onkel das kommt für später dann was denn ja dass man dann die ganzen Sachen braucht zum Bauen und so wenn wir mal einfach höher sind im Level ich glaub da sind wir einfach noch zu schlapp für hallo oh geil ich höre ach so das sind die Scampis sind das komm denn hier oben Armatur der inneren See weiss ah Armatur der inneren See wir haben eine Facke die sind beim Anmachen oder? ja ja was ist denn das für eine Facke ich geh hier grad hin Armatur der inneren See ist das ja oh du bist Level 10 du sagst und da ist ein Totenkopf unten ja das ist wieder irgendwas aber da ist nicht unsere Mission unsere Mission ist andere Seite dann gehen wir erst ja und wir jetzt erst die Scams töten oah nix hund stirb oah Rang 17 mit Zweihänder erreicht schön schönes Ding Rang 9 mit Zweihänder mit Zweihwand und Waffe erreicht ja kann ja auch das eine kann ich gar nicht rufen weil da steht irgendwie ich muss Rang 30 sein oder so naja kennen wir normal aber was mit dem hier hin das musst du hier hin das musst du hier hin das gibt's doch gar nicht da unten sind die Scams da unten was sind für Scams die sind die Scams die sind die Pfeil sollen wir da hier nur die Pfeile sind hier oben aber da geht's nicht geht's nicht weiter weil die Viecher die rufen nämlich ihre Freunde wenn die so einen komischen Symbol haben die 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 wir können wir können gleich beides machen die drei Herzen mitsammeln n hast du auch zwei von zehn bekommen oh hier ist eine Rune oder noch mehr davon wo oh was oh da ist ein fetter ein Raptors Gämmen Boah ein Klanban heißt der Alter das hat uns aber umgehauen aha ein kleiner kleiner Klanban hier oh der hat auch zwei Herzen sogar dabei ja warum auch nicht ne jedes jedes vier hat zwei Herzen ich hab nur vier ich auch jetzt ein Drachenherz sag ich irgendwie von dem genommen ich find hier nichts hier ist nochmal so ein Drache na wie kannst du jetzt wird dir angezeigt dass du so ein Drachenherz hast oder was ich kann das einsammeln aber also wenn ich den hier töte dann dann warte kann ich dir gleich sagen du hast grad das Herz weggenommen so wenn ich da ne Roh Rollfels oder keine Ahnung oder was hat der drin gehabt Rollfels oh da oben kleiner Drecker ja du musst da aufpassen aber ich hab hier nischt also ihr kriegt hier ja weil du die Mission nicht hast verschließe die südlichen Skamhöhen wie sag ich sag ich genau ja die ah hier hoch ja da kommen wir jetzt hin oh oh ja renn mir um du dummes Sau der Dreh war das nur geschickt ja ein erwischt das war dann in dem Fall der Odin Drahtfetzen oder irgendwas Drahtfetzen irgendwas mit Fetzen habe ich ja Drahtfetzen das sind die vom Herzen du Wichser ey jetzt hast du ey geh das übelst auf den Sack mit den Wecken schnappen ja ich hab jetzt meinen Special Move dran versaut ey das ist so nervig das ist jetzt natürlich traurig oh ich mach so fisch das war natürlich jetzt nicht so gut geplant ich wollte den eigentlich nur ich wollte den eigentlich nur ran holen zu uns und sowas dein Hintern nicht ja sehr schön und nimm die Herzen mit Ombel ja und nimm die Herzen mit Ombel yo ich hab ne ich hab nur 9 haben wir 10 beschwört und besiegt Zornesflut nein ich bin schon wieder voll beschwört und besiegt Flammengut Alter Schwede was machen wir die so ah mit der Picke ja ist so cool echt geile Mission da aufgegangen total toll ähm Schutzstein ok einer haben wir zu und das da hinten der schwarze Pfeil ist eine Mission ne bitte nicht hingehen ne weiß ich doch das ist ja ja wo es ein schwarzer Fall sie gehen da geht nicht in diesem Spiel oder nicht in diesem Spiel oder nicht in diesem Spiel da geht es so das hätte können und hier ist die nächste Eingang ja ich spreche aber einfach mal da wurde schwarzer Fall wo der 8 38 Kilometer runtergesprungen oder Ähm die und die das ist die also mit schwarzer Einige Wachen die 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 da ist noch einer ja Mann, ich will der W10 haben Rang 14 bei Auslaugen erreicht bei was? beim Auslaugen? Auslaugen so, jetzt haben wir diese drei Höhlen spricht mit Hauptmann Nora ne, da steht, achso, tatsächlich ne, aber erstmal ne sagen das ist wie meine Mutter ich hab gedacht, ich hab jetzt gelesen das macht die Haupthöhle zu das macht, das macht nämlich bei der Mutter auch immer sagst du, kann ich nö du wirst gar nicht sagen, nö ob sie erstmal nein sagen, ne dann wird du erstmal geschockt bist und dann sagst diese Dreckige, bei einer ist ja schlimm wenn wir nicht irgendwas geben sollen, gib mir doch mal die Dinger doch ne, warte, na das ne, das ist da ne, das ist da, ich stehe da vor fünf Sachen, wisst ihr, fünf Sachen ja, das ist das das Objekt hat, das Objekt hat ja keine Bezeichnung mehr es gibt noch das oder das das Ding ach Mensch, wo lausend ich würde in die falsche Richtung ich blicke ja nicht Mann Onkel, du bist ein Navifilator bist du ihr habt ja auch nicht selber Pfeile, ne du sollst sagen nö, du bist hier, du hast die Krone du hast die Krone des Käptains du hast gesagt, wir sollen immer Richtung Krone loben das hat Nirwano gesagt ja immer den Onkel hinterher siehst du jetzt auch den schwarzen Pfeil, der in die Richtung ist? nö der müsste kein schwarzer Pfeil nein deswegen bist du ja auch schon so schnell Level hochgegangen, ne ich hab dich nicht zwischendurch gezockt außerdem, wenn ich zwischendurch zocken würde dann hätte ich dann andere Charaktere ich hab da mehrere gemacht ich glaube ich da gerade nicht ich will einen Screenshot machen toll ein Screenshot von dem, wie du nicht zackst, oder was? ne, von meinen anderen Charakteren gibts doch wenigstens zu ne, wenn es so wäre, würde ich zugeben aber ich will es ja nicht zum Zuseigen so, okay, die Nora, ja ich quatsch die jetzt an ich quatsch die jetzt an mhm, ich auch wie seid ihr durch die Dädra gekommen? uns fällt es schon verdammt schwer, die Flut auch nur zurückzuhalten ihr habt also Feldwebel Jagir geholfen und das ganz allein? das ist die beste Nachricht, die ich heute gehört habe falls wir den Tag überleben, gebe ich euch einen aus natürlich, ich will noch meinen Mentor fallen ich hab schönere Schuhe bekommen ich weiß es nicht geil, sieht jetzt geil aus ja, jetzt kommen wir ne, da haben wir noch was Onkel, ich hab's bei der Rückkehr warte, bitte, warte, warte, bitte ich hab's gesagt, mein Inventar ist diese Scheiß-Geräusche von den Kriegen da da kriegt ich Komplexus was sind da? für die Töten was sind da? ihr hörst du das nicht, das Gebiet? das sind die, das sind die, das sind die Fliegeviecher hab ich da vor uns gesagt die gehen mir auf den Sack meine Ratte das ist ja, du deine Ratte, das sind die Fliegeviecher warte mal, klar, musst du mal in den Himmel gucken wo ist meine Ratte? oh, Onkel Moment ich brauche nur drei Gegner oder so dann habe ich endlich mein Level und dann heißt es Finisher und dann heißt das Schmerzen na, der nimmt doch hier drüben die Schmerzen für den Feind komm hier, hier sind doch welches da ich will Stück mal so mit das müsste reichen dann geht's ab hier das müsste reichen, Leute komm jetzt naja, hat noch nicht gereicht ah, hier, Mörderklinge skaliert eure Ausdauer haha, warte viel cool, kann ab fehlen Mörderklinge Teleportationsschlag Lutusfächer im Hinterhalt ja oh folge mir komm wir töten warte da oben hier komm her du Drecksscheißvieh wo sei denn jetzt hin hier oh, ich hab was erstickender Eisenkrag dieser Eisenkrag von einem ist mit Ruhen geäzt mir als Eigentum der zahlreichen dem Mock zuordnen keine Ahnung ich hab dich jetzt auch kaum verstanden so schnell wie du gelesen hast okay, wir haben hier die Rückkehr der Wächter hat ja Odin wieder nicht was, was hat doch Rückkehr der Wächter ja, lasst uns das eben machen dann haben wir das weg beschwert und besiegt Zornesglut das ist auch hier eine Nähe, oder? aber das hat doch Odin nicht ja, aber dann haben wir das doch weg dann ist das doch auch weg aus unserer ja, jetzt lass uns erst mal die Podband würde ich sagen ja, dann können wir doch wieder noch was Neues annehmen ja, ist klar, liebe Leute wir haben doch genug Missionen was willst du denn noch Neues annehmen? ja, wenn wir die weg haben haben wir doch wieder Platz für eine neue boah jetzt machen wir erst mal jetzt tun wir erst mal abarbeiten Junge ja, aber der Odin hat doch gar nichts mehr was wir zusammen haben klar wir haben doch gar nicht wir haben doch genug eben ja, ist doch nicht die Möglichkeit also, also machen wir jetzt dann äh, Fahrtband stehen bleiben kann ich nicht ja, jetzt, ihr guckt ich gucke euch jetzt gerade an so ja gut, meine Damen und Herren schlimm ja, gut seid ihr jetzt fertig da? wollt ihr noch was sagen? nö gut, dann melden wir jetzt den Part hier wo da geht doch Zeit, glaube ich und dann würde ich sagen sehen wir uns nächstes Mal wieder wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte einen Daumen oben da auf unserem jeweiligen Kanal bei Odin's Test vorbeischauen bei Onkel Gamershack AP und bei Rewano bei mir vielleicht ja, ansonsten würde ich sagen sehen wir uns nächstes Mal wieder ich bin heiß ich will weiterzocken also, bis dann BUS! Ciao! Ciao! oh, ich bin runter, Jan ich bin jetzt bei 208 Hallo, ey, alter Entschuldigung ich bin jetzt bei mir ich bin jetzt bei mir ich bin jetzt bei mir